In ihrem Lebenslauf steht die letzten zwei Jahre nichts drin. Was haben sie da gemacht? Naja, also es war doch Corona, da konnte ich ja gar nichts machen. Nur weil Pandemie ist und du keinen Job hast, heißt es noch lange nicht, dass du nichts machen kannst. Probier es mal lieber damit. Also die Pandemie ist natürlich auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. An erster Stelle standen da für mich natürlich die Gesundheit und Sicherheit meiner Familie und Freunde. Aber ich habe auch beruflich wirklich wertvolle Erkenntnisse erlangt. Und zwar, dass ich deutlich besser mit Unsicherheit und Veränderung umgehen kann, als ich dachte. Insbesondere, wenn ich mich aktiv weiterbilde. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich heute hier sitze. Ah, jetzt verstehe ich, weil...